Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Und aus der Lärm Und In der letzten Folge war sehr viel Micromanagement unterwegs Und ich hab aber jetzt schon wieder Einen Tipp gekriegt, den ich versuche Auch relativ schnell Umzusetzen, das Problem ist verdammt Ich brauch dafür auf jeden Fall Holz, denn Mir hat jemand in die Kommentare Geschrieben, dass Es quasi hilft Wenn man jemanden ins Gefängnis sperrt Steht wahrscheinlich auch im Flavortext Und das würde ich dann Tatsächlich auch gerne ausprobieren Okay, du hast heute Mal Lügen gehört, schade Ähm, ja Und das sollte dann hoffentlich Ein ordentlicher Weg werden, warte mal, was ist mit dir los Mach dich mal ins Bett, du bist ja ganz krank Und Deswegen Heute versuche ich irgendwie Schnell mal irgendwie Holz zusammen zu bekommen Die Frage ist nur Wie Weil die Bäume wachsen ja nicht allzu schnell Aber Ich kann sie jetzt auch nicht düngen Oder so Ist ein bisschen schade Ah, weg mit euch Ey Ich pflanze hier tatsächlich mal ein paar Pilze in der Hoffnung Dass die Dass ich sie zum Gehirn waschen nehmen kann Und ich helfe dir mal kurz Dann geht das schneller Und nach wie vor Ihr könnt euch immer noch gerne melden Wenn ihr auch benannt werden wollt Sind zwar noch einige Einige Ähm Namen, die ich noch Verewigen muss, aber Ja auch endlich Sag ich mal So Oh, guck mal Ganz schön Wisst ihr, die haben sich unterhalten Tut mir leid Muss ich dir auch noch ein Segen geben Ich habe ja noch ein paar Geschenke Die könnte ich ja auch noch verteilen Aber den Meckerfritzen werde ich wahrscheinlich keine Kette irgendwie schenken können Gehe ich jetzt einfach mal von aus So Naja, mir fehlen echt Echte Ressourcen, ey So, erstmal eine Predigt durchprügeln Jeden Tag eine Predigt für meine Schäfchen Und dann gehe ich aber direkt, äh Mal kämpfen Das kam ja letzte Folge Ein Tag nicht zu kurz Was gibt es momentan noch für schöne Schichten Der, äh Ich Ich glaube mich halt immer Was das bringt, ne Anhänger ermorden Schalte die Anhängeraktion ermordenfrei Eine einfache Lösung für viele Probleme Aber manche Anhänger empfinden das als verstörend Ja Äh Ritual des Anhänger Aufstiegsführe in deinem Tempel Ein Ritual durch Mit dem du den Geist eines Anhängers Auf eine höhere Ebene des Seins aufsteigen lässt Äh Ja, alle Hänger halt Neuheit hätte Ja gut, aber einer wird dann ja wahrscheinlich Drauf gehen dafür Verstehe ich das richtig? Das könnten wir tatsächlich mit unserem Aufwiegler Mal probieren Ja genau, da braucht man Da wird nämlich einer drauf gehen bei Möchte ich jetzt eigentlich tatsächlich eher Nicht machen Wir haben gerade glaube ich keine Doktrin im Lauf, wenn ich das richtig verstanden habe Weil da ist ja noch die Abklingzeit Ihr müsst mal wieder nichts essen Das wäre doch eine schicke Sache Ja Ja Nichts mehr essen müssen Wuhu Fanden sie aber natürlich alle nicht so gut So und jetzt Schnell In den Krieg ziehen Hier kann ich noch einen kaufen Komm, ich kauf dich Yay Spann Bin ich Handel mit Menschen Sehr gut Und irgendwann wird es wahrscheinlich Eh wieder dort landen So Erstmal Waffen Dickes fettes Beil Und ein Schwert Also Jetzt voll auf Nahkampfangriffe Ja Könnte aber interessant werden Super langsam Die Axt Ach guck mal wer der ist Es ist gar nicht so lange her Dass wir die rote Krone verstoßen haben Gerade mal ein paar tausend Jahre oder so Die Ketzerei Die sie predigte War nicht zu tolerieren Solch schädliche Ideale Kommt mir nicht durch Für diese verachtenswerteste Aller Sünden Muss die Strafe langwierig Und schmerzhaft sein Und durch unkontrollierte Gier und grenzenlosen Ehrgeiz Wurde göttliches Blut vergassen Ähm Was war das jetzt Also die hungern Ja Trifft sich aber gut Weil die essen ja gerade eh nix Ich frag mich ob das jetzt tatsächlich Irgendwas bringt Weil Wie gesagt Die essen gerade sowieso nix Autsch Alter What the fuck Ging das schnell Zum Märtyrer geworden Ja geil Jetzt hab ich aber meine Sachen verloren Das war keine gute Runde Fürchte dich nicht Nö Krieg ich nicht Okay die haben alle Gerade irgendwie Hm Anno was sagst du Wohlwollende Anfänger Bitte verurteile mich nicht Aber ich wollte schon immer Eine Mahlzeit aus Kot essen Kannst du mir dabei helfen Äh Okay Kriegst du Die ist halt tödlich ne Habe ich noch eine andere Kot Mahlzeit Ah hier Wie er angerannt kommt Mega gut Alter Du bist ja drauf Kein Problem Digga Gerne gemacht Denen geht's allen Nicht so gut Aber ihr hungert doch So gerne Habe ich gehört Fastenzeit und so Ich mach jetzt mal Ein bisschen Gras Mahlzeiten Ich will gucken Ob die das jetzt Essen können Okay Tatsächlich Kommen die Wirklich Essen Mach denen jetzt Was zu essen Ich hab keinen Bock Dass hier die Stimmung Komplett kippt Ja Hättest du mal Lieber die Kacke Nicht gegessen Ne Hättest auch Nicht dahin Gekotzt Gleich Geh ins Bett Digga Meine Güte Wie kann man denn Auf die Idee kommen Dass man scheiße Frist Und einem geht's Danach Schlecht Was ein Zufall Lass meine Sache In Ruhe Oh guck mal Das ist alles Fällig gerade Dann kann ich ja Wenigstens noch ein bisschen Was leckeres Zu essen herstellen Der Ernst ist so viel Aber irgendwie So richtig viel Nahrungsmittel Kannst du nicht machen Wir haben ordentlich Gepflanzt Was die Blumen bringen Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung So Hier gibt's noch einen Neuilitätsbonus Sehr brav Wie sieht's Wie sieht's hier Ressourcentechnisch aus Nicht so wirklich Okay Aber ich versuche es halt Nochmal Nochmal in die Wildnis Ich weiß nicht Ob das irgendwie Unterschied macht Ob ich das nachts mache Oder ob ich das tags mache Das konnte ich irgendwie Für mich noch nicht herausfinden Ja Mist Jetzt haben wir nochmal So eine blöde Axt Das ist wieder derselbe Raum wie eben Oder Uh nice Ah die Axt Ist echt langsam Das ist Bin ich nicht so der Fan Muss ich jetzt gerade mal sagen Bleib stehen Ihr Viecher Einfach rollen 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 Nice So hier stehen jetzt Ab und zu mal Pilze rum Und da kommen auch Gehirnwischpelze raus Das ist sehr schön Vielleicht kriege ich ja Meine Auflieger damit Auflieger Aufliegler Damit unter Kontrolle Mit der Not Gebe ich sie halt So zu zurück Oder Nicht zurück Aber ich gebe sie so zu Guck mal Da werden die auch Bestand gleich Praktisch Gehirnwisch Ich sage Ich sage Ist irgendwo doch ein Gegner Ja Die Axt ist gefährlich Ey Also gefährlicher Für mich Nicht als sie die Sehr gut Gift wäre jetzt nicht verkehrt Da hätte ich kein Problem Mit Hier liegt zum Beispiel Okay Jetzt geht es Da lag eben das Skelett rum Es wollte nicht kaputt gehen Aber das Skelett ist sehr wichtig Daraus kriege ich ja die Knochen Immer schön in Bewegung bleiben Passiert mir nix Nice Das hat sich Knochen technisch Ne wobei So geil Hat sich es gar nicht Hat hier Es sah irgendwie mehr aus Waren wir nur Vier So Andere Seite nochmal Ich vermute es geht hier Auf die linken Seite weiter Hier gibt es Zwischen die Karten Ja Gib mir Karten Giftschaden Ja Definitiv der Giftschaden Weiß ja noch nicht Wie viel ich heilen werde Mag das Kartensystem Irgendwie ganz gerne Muss ich sagen Also normalerweise Finde ich nicht so ein riesen Karten Fan Aber so wie es hier angewandt ist Finde ich es gut Also die ganzen Sammelkarten Spiele Kann ich spielen Aber Sind definitiv nie meine Favorites Weil letztens habe ich Ähm Oh wie heißt es Oh jetzt fällt mir das Spiel nicht ein Oh wie hieß denn das Kartenspiel Hm Nachdenk 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 Ich weiß es nicht mehr Letztens habe ich ein schönes Kartenspiel Gezockt Das hat mega Spaß gemacht Oh Holz 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 Sorry Ich brauche Ich brauche Erst Holz Ich brauche jetzt definitiv Keinen Ähm Weiteren Anhänger Solange ich kein Holz habe Tut mir leid Das heißt Ein Name wird Heute nicht vergeben Aber Holz war so wichtig Dass ich das finde Zurück kann man ja leider nicht Zum Beispiel warum Da waren gerade Hier diese Diese Holz Pyramiden Warum kommt da Keiner Holz aus Verstehe ich nicht So Der Monk ist nicht mehr Krank Sehr schön Gift werden sie es jetzt Richtig schwer haben Ah Das war geil Dass ich Gift bekommen habe Warum kommt da Kein Holz aus Nein Sauber Ah guck mal Gibt sogar neue Waffen Wobei ich eigentlich gerade Recht zufrieden bin Mit dem was ich habe Also das sind ja wieder Die Flüche Ne das ist das Kacke Ne ich bleib bei meinem Also ich find meinen Fluch Gerade richtig nett Boom Stunt die nämlich auch alle Und gibt mir einfach mehr Zeit Na guck mal Herzchen Sehr schön Ich vermute links Das Kartenzeug Ne Waffen Waffenhändler Na gut Aber das sind Auch wieder Die Flüche So So Das ist mit Zielen Ja Ziel ist eigentlich ganz geil Weil es dann eher gerichtet ist Und das macht wahrscheinlich auch einfach mehr Schaden Aber Gleich war es die falsche Entscheidung Ich weiß es nicht Ich hab gerade überhaupt nicht den Text gelesen Füllt mir auf Sehr schön Uh Ganzes Herzen Nice Das Stunt die halt leider nicht Ich frag mich ob das bei dem anderen Im Flavortext Da reistand Na von der Bombe bleib ich mal schön weg Oder Pilze Ich glaub von denen brauche ich einfach nur noch Und viel mehr Vielleicht mach ich ihnen noch ein zweites Fell Wenn ich Ein bisschen Holz übrig hab Ich werde ich jetzt so eine zweite In Anführungszeichen so eine zweite Holzmine bauen Weil ich brauche einfach schnell mehr Holz Mal gucken wie viel das kostet Komischer Blumentorbogen Schön Brauche ich aber nicht Aktuell zumindest Ich hab ganz andere Sorgen So Und Bosslevel Also fast Bosslevel So Dann Mal ein bisschen durchkämpfen Ja aber Das läuft grad Aber Muss vorsichtig sein Das könnte auch schief gehen Wenn die mich ein paar mal erwischen Ich hab Jetzt auch keine Heilfähigkeiten Oder sonst irgendwas Also ich muss jetzt wirklich einfach Lol Hekot ist an hohem Alter gestorben Und jetzt hat Talimgorod dafür auch noch Todesangst bekommen Na super Nur weil jemand neben ihm gestorben ist Ein Glück hab ich Äh Schon mal einen Friedhof gebaut Am Anfang Oder naja Friedhof Ein paar Löcher im Boden Friedhof würde ich es vermutlich nicht nennen wollen Autsch Ja vielleicht nehm ich Komm ich nehm doch den Nahkämpfangriff Oh ja Kann man mit arbeiten So Karten gibt es jetzt vermutlich nochmal Ich vermute dass es die Links gibt Ne Ne Geh mal in Bewegung bleiben Ne Ne da geht es noch unten weg Da Sah es mir aus als würde es zum Boss gehen Nochmal kurz drüber Ja hier gibt es Karten Oh Na Ich hab 100% Chance beim Töten eines Gegners Ne Herze Das wäre schön gewesen Aufgedeckte Karte Keine Ahnung Glaub nicht dass mir das irgendwas bringt So Und ich vermute dass jetzt der Boss Gegner kommt Und ich hab zwei Herzen was nicht so geil ist Das könnte gefährlich werden Ja natürlich Aber ich hab Gift Okay passiert da halt noch was Achso Stimmt ich halt ja die Luft an quasi währenddessen Oh scheiße Alter Der krieg überhaupt kein Damage Aber ein Haufen Eds hat er halt dabei Ach shitty Schade ey Oh bitter Ah ich hab sogar Holz verloren Sechs Stück Scheiße Ja ja Es ist ja nicht so oft du niedergestreckt wirst Der Kult wird weiter wachsen Ja Gott sei Dank Oh bitter Ach man das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen Aber was willst du machen Ne Was willst du machen Muss ich erstmal die Hälfte wieder investieren In In Betten reparieren Braucht definitiv noch so ein Holzblock Weiß nicht ob das sinnvoll ist da einfach mehrere von zu bauen Ah scheiße Jetzt muss ich hier erstmal aufrollen Ja erstmal aufwischen Jo Auf Begräbnis vorbereiten Fleisch werde ich da jetzt nicht raus gewinnen Ein Anhänger ist gestorben Herzliches Beileid Reichen sind nicht gut für die Hygiene Können dazu führen Dass deine Anhänger krank werden Du musst Anhänger in einer Reichengrube Oder einem Grab bei setzen Um ihre Verwesen zu verhindern Natürlich ist das eine Menge Fleisch Das einfach verschwendet wird Nein 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 Das machen wir schon richtig Einmal leicht begraben Oh Gott hier ist ja alles auch voll geschmutzt Moment ich rede gleich mit dir Was gibt's Das Basislager sieht furchtbar aus Wir bedürfen der Schönheit Um deine Herrlichkeiten zu feiern Lass uns die Koalitionen bauen Okay ich wusste nicht Dass ich das tatsächlich auch irgendwann machen muss Aber irgendwie war es zu erwarten Das hier muss alles erstmal schnell geerntet werden Essenstechnisch scheinen die gerade noch okay zu sein Alle zynogene Pilze Das geht immer Alter sind die alle stinkig ey Guckt euch mal die Fressen von denen an Die sind alle richtig sauer die ganze Zeit Ey lass das Vogel Was hast du Der Glaube an das Lamm hat einen absoluten Tiefstand erreicht Du musst den Glauben im Kult wiederherstellen Oder wir werden in Massen abwandern Denke daran Oh nein Kult stirbst du mit Sicherheit Na komm warte mal Bevor die jetzt wirklich anfangen direkt abzuhauen Feiere ich mal schön Messe hier Alter haben die alle eine schlechte Laune Haben die alle eine schlechte Laune Wo geht's denn weiter Sehr schön Ja das mit dem Essen Äh nicht essen fand die so überhaupt nicht geil Da hatten sie jetzt nicht so viel Spaß Aber gut das ist ja auch gleich vorbei Die Don't Eat äh Doktrin Ah guck mal Hallöchen Freund Gehör mich zu deinem Kult Ich werde deinen Lehren folgen So wen haben wir denn Geldschwimmer 9000 Bin mir nicht sicher Ob ich meine ihn sogar schon mal In die Escapists damals Äh verewigt zu haben Ich kann dich leider nur Geldschwimmer nennen Da hinten äh wird abgeschnitten sonst Und du möchtest ein roter Fuchs sein Der gute alte rote Fuchs So ein richtiger roter Fuchs Wie halt ein Fuchs aussieht Weil die sind ja auch rot Oder so ein roter Fuchs Gib dir mal das rot hier Das ist noch so ein bisschen natürlicher Aber nicht so komplett Guck mal Oh mit einer coolen Frisur Bin ich gut Äh und du bist träge Und du bist zynisch Na das Gucken wir mal Sehr schön Und Luke ist auch Holzhacken Wir brauchen Holzhacker Und jetzt fängt der nächste an Mit der Scheiße So einfache Dekorationen Ich glaub die muss ich bauen Aber warte mal Ich muss mal kurz gucken Kann ich jetzt so ein So ein Kranger bauen Ne leider noch nicht Das geht leider immer noch nicht Sehr gut Da war ordentlich Holz drin Da war ordentlich Holz vor die Hütten Kann ich aber immer noch nicht bauen Mir fehlen aber auch Tatsächlich Münzen Komm ich baue mal Irgendwie einen kleinen Irgendwie ein bisschen Von dem Zeug Komm wenn du hier reingehst Hier guck mal Wenn du hier durchläufst Können sie da erstmal Durch so einen Torbogen Durchlatschen Hier so eine kleine Kleine Leinkerze Hier so jeweils am Eingang Das sieht auch schick aus Und was könnte man noch machen Gras Sachen aus Gras Sind immer gut Hier mal ein bisschen Licht Da mal ein bisschen Licht Einfach überall mal ein bisschen Licht hinmachen Ja gut Dann erfülle ich nämlich gleich auch einfach mal Direkt diese Quest von Altie dabei Das ist sehr praktisch glaube ich Ja guck mal Das finden die Da kriege ich gleich Glauben zurück Okay Also ich kann hier einfach Die komplette Karte zu Müllen mit dem Zeug Und dann finden die das alles super Gut zu wissen Das ist aber halt im Moment Gut aber ich würde sagen Das war es dann erstmal für heute Ich bin heute zweimal drauf gegangen Damit habe ich nicht gerechnet Aber diese langsamen Waffen Liegen mir einfach nicht In diesem Spiel Was mich tatsächlich ein bisschen wundert Weil in Elden Ring oder sowas Habe ich damit überhaupt kein Problem Aber Gut Hätte ich mit klarkommen müssen So jetzt nochmal kurz durchgucken Genau hier muss ich noch ein bisschen was pflanzen Aber dann ist das auch gut für heute Danke mich fürs Zuschauen Und bis denn Tschüssi 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 Untertitelung des ZDF, 2020